Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer weiteren Folge zu Zähnlichs Zonen Zero, natürlich. Und ja, in der letzten Folge haben wir unseren Auftrag gemacht. Das HD-System hat einen neuen Charakter natürlich euch gezeigt. Und ja, heute machen wir weiter hier natürlich, wo wir stehen geblieben sind. Und wenn es euch natürlich gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo natürlich da, um einen kleinen Support da zu lassen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. So, rein mit uns. Handlungsauftrag. Der vorletzte. Oh, jetzt ist der Bär da. Aber immer noch die zwei Mädchen, alles klar. Die zwei Mädchen sind ja krass, finde ich. Also die hauen beide rein. Finde ich. Die hauen sehr hart rein. So, hier drücken wir mal T. Oder auch nicht. Oh je. Nerz. Komm her, ich haue dich um. Erster Kampf. Probieren wir mal. Wie läuft das mit den drei... Wie läuft das jetzt mit dem Bär an? Das interessiert mich. Die ist krass. Ah, die können... Die wär cool auch. Die zwei arbeiten zusammen. Der Boss und der Bär. Ah, perfekt. Ja, war schon cool. Muss man echt zugeben. Der Hintereingang einfach genommen. So. Hier. Hier. So. Spare dir da. Spare dir da hin. Sooo Easy Geil Macht Spass Weiter geht's Ja, verfolg mich mal Haha So Wo will er denn hin? Scanning, please bypass Oh, wo sind wir denn jetzt? Ja, verfolg mich mal Proxy, ist das richtig? Sorry Ja Ja, läuft mir mal hinterher Oh Ich wollte da noch nicht rein Da waren noch Dinge zu holen Ach, come on Oh Das hier ist Me und meine Lover Oh Why can I hear a girl's voice? Up there! So it's you! The bad guys who tried to break up me and Mr. White Oh It's only been a couple of days and yet Our child has become a fabulous young lady Hehehehe Just take it easy now, Grace I, uh But who's Mr. White? Another machine? It's not that rundown building it's on, is it? Doin' so Mr. White's teeth I've made up my life I'm staying here with Mr. White I'm staying here with Mr. White So take back what you said Ei, ei, ei To protect this loved one The boring machine It's somehow awakened his amazing power Now it's not the time for fangirling Focus on dealing with it He's gone Easy Uh oh The fighting attracted some ethereals Ei, ei, ei Das Ding hat sich einfach in ein Gebäude verliebt anscheinend Ah, man braucht schon extrem viel XP 10.000 Welcome back, pal So Abgeschlossen Cool Muss ich hoch? Ah, ich muss hoch Geh ins Schlafzimmer und erholt So Komm reiß Drücke Y Epsilon Einmal da meine Nummer ohne Seltsamer Mann Ja, wer bist du denn? Das Perfekt Für dich Dass ich dafür einfach Oh, gegen was ist denn der im Mond? Gegen Feuer Guck mal, es geht noch Stufe 25 immer Feuer 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 Jetzt brennt er Ah, guck mal, hier ist unser kleiner Dämon Dänema Der ist auch Feuer Jetzt hat er dreifaches Feuer Gegen den Roboter? Ist er eigentlich nicht gegen Glitzeschwäche? Naja, egal Alter, was ist das für ein Geht Gordjump End of the line Try this Counter End of the line Ja Ja Oh Ja 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 Eier, den kannst du nicht ausfallen. Ach komm, Eier. Ah, schade. Schwach. Schmach, schade. Den kannst du nicht ausweichen, das ist so... Schade. Ja. Schade. Gleich haben wir ihn. Ja, der hat schon ausgehalten. Die Ulti war, glaube ich, falsch. Ich glaube, der Bär ist noch zu schwach mit seiner Ulti, deswegen. Aber es geht ja noch unter drei Minuten. Jetzt haben wir mal jeden Charakter getestet. So schön. Jeden einzelnen Charakter. Ach du heiliger Gott, da hinten geht es noch weiter. Oh mein Gott. Es werden immer mehr Charaktere. Genau, es ist dunkel geworden. So. Wieder rein. Geh nach Hause. Es ist spät. Nicht schlecht. Gute Nacht. Ach, Sofa ist Schlafpunkt. So. Düt, düt. Hier kommt. Oh, perfekt. Einzelfähig. Ja, hier sind wir frei Gehe zum Scout aus und pause Und das machen wir in der nächsten Folge, Freunde Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst gerne ein Like Und ein Abo natürlich da, ich würde mich gerne über Darüber freuen, natürlich Als dein Support, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder Ciao, ciao